Ahoi ihr Landratten, da sind wir wieder bei Zelda Skyward Sword Und wir werden uns jetzt, nachdem ich mir nochmal ein paar Herzen ausgegraben habe Werden wir uns auf den Weg auf die See machen Oder auf den Sand, wie man es sehen will So, hier gibt es eine Rubine, wisst ihr wieso? Och, das finde ich jetzt unfair, aber naja Gut, ich muss eh irgendwann mal gucken, ob ich mir nochmal ein paar Feen holen kann So Du hast die Seekarte gefunden, gut gemacht Jetzt macht die Seefahrt erst richtig Spaß Lass uns mein Schiff suchen, ja? Sollen wir ablegen? Auf geht's Brechen wir auf Hm, okay Joho, Joho, a pirate's life for me Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast Äh Die Lage der Werft ist mit X markiert Ach du schöne Schippe So, den nehmen wir weg und den tun wir jetzt dazu Oha Das sieht schon All unsere Schiffe kommen Aus der Werft Auch meines wurde dort gebaut Ich bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf die Aufenthalts Auf den Aufenthaltsort meines Schiffes finden kannst Auf geht's Okay, Sekunde mal Wenn das Schiff unsichtbar ist Wieso sollten die dann wissen Wo das Schiff ist Äh Oha Hier sind viele Steine Oh Mann Komm ich da überhaupt durch? Ach, das ist so eine gemütliche Seefahrt Auch wenn ich das nicht wirklich als Ozean empfinde Weil guckt mal, wie flach das Wasser hier ist Oh shit Bums Das hat gerumst Da ist schon wieder ein Fass Das ist ja fast so wie ein Spießrutenlauf hier Oh, uh, angeeckt Uh, gibt einen bösen Wow, 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 wow Der hat jetzt schon wieder geknallt Oh, schon wieder angeeckt Oh, das schöne Boot Ähm Oh Mann Ach, und jetzt tauchen auch noch Elektrogegner auf Ja, nee, ist klar So, jetzt reicht's Also einen hab ich gekillt Das ist schon mal gut Die Werft Da müssen wir jetzt drum rumfahren, schätze ich mal Wow, was ist denn das da hinten? Das sieht aus wie eine riesige Kanone Hm Ein bisschen erinnert es mich auch irgendwie an Phantom Hourglass gerade Mach das Fass kaputt Das mit dem Zielen ist irgendwie Ach, man kann auch so zielen Ah, okay Ach, da sind ja auch Gegner Bam Okay Das ist cool Das gefällt mir Das macht Spaß Das würde ich wahrscheinlich, wenn ich das Spiel durch hab, den ganzen Tag machen Das ist witzig So Äh, noch irgendwo Gegner? Na, traut ihr euch, oder was? Oh Die Sonneanstrahlung ist bei mir gerade ziemlich Aussteigen So, jetzt sind wir an der Werft, oder was? Ach du heilige Scheiße Was ist das denn? Achterbahn, oder was? Oh nein, das hab ich im Trailer gesehen Ich glaub, das könnte interessant werden Wow Jetzt mal Ach du Scheiße Aber jetzt mal ohne Witz Es sieht richtig geil aus Wir sind da Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut Hier befindet sich wohl die Werft aus Als auch die Behausungen der Werftarbeiter Oh Dieses Gebäude ist die Werft Äh, versperrt Aber der Eingang ist verschlossen Wir kommen da wohl nicht rein Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Lohren Untereinander verbunden Lohren Wenn du in die Lohre steigst, kannst du in die Werft vielleicht über den Hintergang ein Betreten Dort ist der Lohrenbahnhof Oh Mann Geh dort einmal hin und zieh dich um Ich warte hier auf dich Okay Wieder mal ein Abenteuer für uns Äh, weil wir ja noch nicht so viele Abenteuer hatten Äh, 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 äh Speichern Okay Lohrenfahrt Heurika Okay Hier hoch Ich wette mal, es kommen wieder irgendwelche Schönen Gegner Äh, gebt ihr mir vielleicht ein bisschen Leben Nö Nicht wirklich Hei, 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 hei Äh Äh War ja klar Halt, ich hab kein Schild Nö Schild, 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 Schild Da ist Schild Hehehe So, wenn ihr wollt, können wir jetzt kämpfen Bam Bam Au Ey, ich hab mich mit dem Schild geschützt Eigentlich Okay Also Wie war das mit denen? Ah, ich bin so gut wie tot Ich seh's schon Ich bin so gut wie tot Ah, ich brenne Wieso hat er sich nicht gewehrt? So, der fliegt schön durch die Luft Und wir haben einen Eidechsen-Schwanz erhalten Ob das so lecker ist, ich weiß ja nicht Man kann sich da nämlich zwei Sachen zudeuten Gut, den nehmen wir auch mit Und das Herz nehmen wir natürlich auch mit Aber ich bin so gut wie tot Ah Also spätestens im nächsten Part Sollte ich mal wieder hoch in den Wolken gehort Und mir ein paar Feen oder so besorgen So Zum Zentrum Wow, wow, Gerode Hab ich mich grad erschrocken Dieser Ort war einst eine Art Bahnhof für Loren Die Loren sind noch gut in Schuss Klettere hinein und fahre über die Insel An der Wand dort drüben wird erklärt Wie du Loren steuern kannst Aber Vorsicht Dies ist nicht ganz ungefährlich Dies ist dir die Anleitung sorgfältig durch Ach du Scheiße Tritt an die Lore heran Und drücke A Um hineinzusteigen Neige die Lore in der Kurve mit der Wiefernbedienung Ach du Bremse wenn du zu schnell wirst In dem du B drückst Um zu springen Bewege die Wiefernbedienung ruckartig nach oben Na toll Äh Okay, los geht's Ey, das ist ja wie eine Achterbahn Ohne Scheiß Das gefällt mir Bis jetzt Ich wette, ich werde's kotzen kriegen Auf geht's Hui Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh Das macht Spaß Oh, 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 oh Oh Nein Link Link, falsche Richtung Wieso Ich hab, ich hab wirklich so geneigt Aber irgendwie hat er das nicht genommen Wird mir da Leben abgezogen? Nope Okay, noch ne Runde Ai, 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 ai Langsam Also springen geht nicht Ach so muss ich neigen Ich dachte, ich muss so neigen Ihr Arsch Oh Ich dachte, ich muss irgendwie die Wiefernbedienung Wasch mich nicht Okay Highspeed Power Action Irgendwie so Hm Hier bin ich rausgepfeffert, ne Oder hier irgendwo in der Nähe Wow Das ist ganz schön hoch Ähm Ich hoffe, jetzt kommt nicht irgendwie so ne steile Abfahrt Hahaha Ich hab's geschafft Äh, okay Wow Ist mir ein bisschen zu schnell Wow Was zum Okay Hier ist Ende Schön Äh, was sind das für Insekten da? Das sah aus wie Libellen Na komm Irgendeiner gibt mir jetzt Kein Lügen Voll doof Ai, 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 ai Okay Ah, da, da, da Steht es Wow Wow So, da geht's wieder runter Hier geht's weiter, schätze ich mal Da steht noch was an der Wand Zur Werft Na toll Aber da müssen wir ja hin Okay, rein geht's Hm, 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 hm Ah, schon wieder mit First Drop Oh, und der sieht ein bisschen höher aus Das sieht Etwas heftiger aus Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh 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 Was zur Hölle? Ich will Ehrenrunde oder was Hui Das war nicht geplant Irgendwie hat die Die Fernbedingung Entweder hat die einen weg Oder Das Spiel nimmt das nicht richtig an Okay, also muss ich Bei der, bei der Wie soll ich denn das da Bei der Weiche machen? Soll ich da so neigen Oder wie? Naja, zur Not Hab ich ja noch die Bremse Und Hui Bisschen nach da Jetzt nach da Und nach So Okay War ja doch nicht so schwer Da vorne ist Ende Da vorne ist Ende Wow Glück gehabt Oh mein Gott Das geht mir alles ein bisschen Sehr schnell Link Danke Oh mein Gott Ich bin noch gesprungen Okay, also langsam wird mir das echt Ein bisschen blöd Der macht das bescheuert Das ist nämlich gerade ein bisschen Ich teste ja gerade Hier nach links Macht das nicht richtig Vielleicht mal neu kalibrieren Ach du Hier kann man ja sogar die Karte sehen Also hier Dann da Dann da Dann springen Dann da Nach links Rechts Und Huiuiui Sieht aus wie eine 8 Und dann hier geht es weiter Und dann Und hier geht es zur Werft Meine Fresse Wir sind hier angekommen Da ist die Werft Okay, ein bisschen nach da Jetzt nach da Wow Gerade so gerettet Okay Und jetzt Nach da Jetzt muss ich aufpassen Hier muss ich jetzt springen Okay Gut Ich gesagt, ist mir das ein bisschen zu schnell Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Nach da Okay Okay Bremsen kann man auch Hauptsache man fährt nicht rückwärts irgendwann Wenn es zu langsam wird Ich will nach da Na, na, Link Äh, ich seh schon, ich glaub, das war ne Schlechte Idee Ich bremse mal ein bisschen Um Gottes willen Waaah Wieso macht er so schnell auf einmal? Komm, Link, ein bisschen bremsen, das ist mir nämlich zu schnell Ich kenn mich hier nicht aus Okay, okay, okay Wuhu Äh Die haben aber auch ne Achterbahn gebaut Also, das ist wirklich Zwar ohne Looping und alles Oh, bin ich jetzt da? Ich glaub, ich bin da Wuhu Aufregende Pfad erst mal Wuhu Waa Die Leben regenerieren Durchsitzen? Oh, ich glaub, das werd ich des Öfteren mal nutzen Ah, okay, was Endstation werft Jo So, untersuchen Dann mal speichern Holla, holla, holla Okay Äh, ich denke mal, wir können uns noch angucken, was hier so gibt Es sieht nach einem Dungeon aus Gebieter, wir sind im Inneren der Werft angekommen Wirklich Oh, pack Nach all der Zeit ist hier auch alles voll von Sand bedeckt Ich empfehle dir, den im Sand nach Anhaltspunkten zum Schiff zu Okay, es ist nicht so groß, dass ich jetzt sagen würde Oh, fuck Aber es ist doch schon ziemlich groß Aber erst mal hier die Skorpione Stirb Hier ist ein Hügel, den guck ich mir als erstes an Stirb So Oh, Mann, ist das viel Sand Oha, was ist das denn? Was? Nein Nein Oh, nein Nein Oh, Gott Was macht den Moldogat hier? Moldogat, was, was ich wieder hieß Scheiße, was war ETF So viel kann ich sagen Nein So, die erste Klaue ist kaputt Die zweite kommt jetzt auch Äh, mach mal auf Oh, oh Hui, Giftstachel So Oh, Gott, was macht der? Was macht der denn hier? So Und durch Nee, noch nicht Scheiße Hallo So Wie sollt ihr eigentlich Augen in den Clown? Naja, sei doch Ist typisch Oh Oh, gut ausgeglichen So Na komm Einmal machst du noch auf Und dann geht es Schlitz Und dann Oh, oh Dort So, wie ging das jetzt weiter? Ich nix wisse Ach du Ja, genau so So, so So ging das Da ist er Oh Ramblin Man Oder was? Nein Ich muss ja reinstecken Mano Der zieht aber ganz schön viel Zumindest mehr als beim letzten Mal Oh Gott Was? Wo ist er? Da Da ist er So Stich rein Stich rein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Er verpisst sich schon wieder Du Bieste Na komm Ach, er ist tot Ein Glück Holla Holla Was zur Hölle hat der hier drinnen gemacht? Sekunde mal War das eventuell die böse Überraschung, die mir angedroht wurde? So böse fand ich es eigentlich nicht, weil der Endgegner war geil Gebieter Es scheint, als sei dieser Ort in den Jahren zu einem Hort des Bösen verkommen Die Wahrscheinlichkeit, dass hier einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering Wow, keine prozentuale Angabe Ist das ein Witz, ne? Ähm, okay Ich weiß jetzt nicht, ob ich heulen oder lachen soll Ein bisschen was von beiden, schätze ich mal Na, pass auf, da sind wieder zwei Jo, da sind sie wieder da hinten Ah, ja, ja Hier hätte ich dann von Äh, die wollte ich jetzt eigentlich nicht Hier hätte ich dann von Da oben aus wieder runterkommen können Also, die Achterbahnfahrt hat mir sehr gefallen So viel kann ich schon mal sagen Das fand ich echt eine super Erweiterung Vor allem, ich fand das geil, dass, äh Ich glaub, der heißt Moldogat Ich weiß es aber nicht direkt Dass der hier auf einmal war, naja Auf jeden Fall speichere ich jetzt Und dann würde ich auch sagen, beende ich den Part Ich hoffe, er hat euch So Ja, das ist schlimm, wenn hier die Die Sonne reinscheint Äh, ich Hab das irgendwie so gemacht Irgendwann zeige ich es euch vielleicht Aber auf jeden Fall scheint die Sonne auf Die wiefernbedingungen Dadurch reagiert die meistens nicht so Seht ihr genau, das meine ich jetzt Das war nämlich wahrscheinlich auch vorhin Das mit der Lore Naja Auf jeden Fall würde ich sagen Äh, würde ich fragen Ich hoffe, es hat euch gefallen Ihr könnt ihr mal einen Kommentar hinterlassen Und dann würde ich sagen Tschüss und bis dahin Im Ende bei Zelda Skyward Sword Euer Renji LP Ciao